Oh, das ist jetzt nicht mehr lang. Silvester steht vor der Tür und in wenigen Stunden ist es soweit. Wir werden heute auf jeden Fall testen für euch die Olga von Leslie. Das ist eine ganz amtliche XXL-Batterie und die hat echt ein gutes Gewicht. Auf den Videos her, die ich bis jetzt gesehen habe, haben die den Leslie-Artikel ziemlich gut gefallen. Und ich glaube, das hier könnte auch was Feines werden. Schaut einfach sonst mal meinen YouTube-Kanal, da werdet ihr auch in den kommenden Tagen andere Leslie-Artikel finden. Aber die Olga hier, die ist fein. Also, bis denn! Kag jot einfach weiter! Ich lass mich rein... Boos! PPP! Bapp! PPP! 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 Untertitelung des ZDF, 2020